Lebst du noch? Ja, ich lebe. Wir haben ja uns schon ein bisschen unterhalten. Sonst irgendwelche Einschränkungen, wo ich aufpassen muss bei dir? Nein. Gut, okay, dann fangen wir langsam an. Schon mal auseinander genommen worden? Nein, noch nicht. Oh mein Gott, heute erstes Mal, ja? Ja. Okay, ich mache ein bisschen sachte, ja? Ja. Okay, Achtung, 3, 2, 1 und locker lassen. Jawohl, jawohl, Achtung, lass bitte locker. Guck mal, von alleine schon ausgegangen. Und gut, einfach locker lassen, genau. Sehr schön. Dann die andere Seite. Ups, ja. Und hier auch. Ja, das war gut. War gut? Ja. Und hier? Jawohl, okay. Irgendwelche Schmerzen? Nein. Keine Schmerzen, oder? Nein. Sehr schön. Okay, mein Lieber. Tut das weh? Ja. Das tut weh. Hier? Ja. Tut auch weh. Okay, mach mal einen leichten Buckel nach vorne. Wie ist das denn hiermit? Ja. Hier auch? Ja. Okay, hast du manchmal so Atembeschwerden, so Druckgefühl hier nach vorne? Nein. Sehr gut. Herzstechen oder sonst irgendwas? Nein, auch nicht. Kopfschmerzen? Nein. Ohrendruck, so leiden, so piepen oder sowas? Nein, auch nicht. Gott sei Dank. Okay. Gut, mein Lieber, pass auf. Ich drücke dir jetzt hier rein, ja? Das wird ein bisschen weh tun. 3, 2, 1 und? Jawohl. Kopf nach unten. Richtig nach unten. Soweit es geht, nach rechts drehen und nach links drehen und komm wieder hoch. Oh. Ein Hund ausatmen. Geht's? Tut mir leid, ihr hat ein bisschen weh getan. Das ist okay. Ja? Ja. Merkst du, wie schön woanders wird? Ja. Sollte man dann ab und zu mal machen, ja? Vielleicht am Anfang so jeden Tag so immer so 5 Sekunden und dann irgendwann in der Woche so 1, 2, 3 Mal, dass es hier schön gefördert wird mit der Durchblutung und sowas, ja? Aber auch nicht übertreiben, so die 5 Sekunden, die reicht. Kennst du die? Ja, ich hab's gesehen. Selber aber noch nie ausprobiert? Nein, noch nicht. Oh, dann wünsche ich dir viel Spaß damit. Okay. Wie hast du deine Erythrische Massage? Die türkisch-Erythrische Massage. Spürst du's? Der ganze Körper vibriert, hm? Okay. Und, Achtung. Ein letztes Mal noch. Okay. Ja, es tut gut. Ist gut, oder? Guck mal, die Dinger sind nicht mehr so teuer. Ja, okay? Das ist keine Werbung oder sonst irgendwas. Ich bin von niemandem gesponsert oder so, ja? Aber kauf dir, wenn, dann zwei. Geh nur über die Muskeln entlang. Nicht auf die Gelenke, nicht auf die Knochen oder sonst. Hier bist du Halswirbelsäule. Also hier. Hier ist Stopp. Okay? Nicht weiter hoch. Okay. Aber auch nicht so lang. Guck mal, das war eine halbe Minute. Eine Minute war das gewesen. Immer so schön und nicht an einer Stelle bleiben und das war's. Okay. Okay? Merkst du, ne? Wie schön warm alles geworden ist. Sehr schön. Weil es dann nämlich gut tut und dann übertreiben die Leute das und dann hast du extrem Muskelkater. Dann ist es wieder kontraproduktiv. Gut. Dann gehen wir mal an den linken Arm. Achtung, das ziehe ich jetzt hier hoch bis zum Anschlag und mache einen leichten Impuls. Achtung. Jawohl. Zack. Achtung. Ja. Hat hier ein bisschen gezogen, ne? So, das Gleiche machen wir hier auch. Achtung. Und? Jawohl. Geht's? Ja. So, jetzt gehe ich dir mal hier kurz an deine Ohrläppchen dran. Oh. Okay. Und zwar hier. Okay. Das hier ist richtig. So. Und? Okay. Was spürst du? Also Wärme. Wärme? Ja. Und es sieht so richtig... Die Durchblutung, ja? Ja. So ein angenehmes oder unangenehm? Ist angenehm. Ist angenehm. So. Das spüren die meisten Leute. Okay? Hier in dem Ohrbereich. Es gibt sogar Patienten, die sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Augen ein bisschen heller geworden sind, weil auch da in die Richtung, die durch Blutung angeregt wird, auch die Lymphdrainagen und Lymph- und Meridian, die Energieflüsse. Okay. Es gibt sogar Patienten, die sagen, oh mein Gott, irgendwie habe ich das Gefühl, das fließt alles hier so runter. Und das spürst du gerade. Ja. Nichts unangenehm ist aber. Nichts unangenehm ist aber. Ist angenehm. Sehr gut. Dann guck mal bitte nach links. Ja, aber soweit es geht. Einfach locker lassen. Guck mal hier. Zack. Aha. Okay. Gut. Okay, jetzt nach rechts gucken. Lass locker. Achtung. Funktioniert noch alles? Funktioniert. Funktioniert. Guck mal jetzt nach links. Jetzt nach rechts. Besser? Ja. Sehr schön. Okay, komm, steh auf, mein Lieber. Komm mal hier rüber zu mir. Hier einfach zu mir, mit dem Rücken zu mir. Perfekt. Okay, so ein großer Kerl hier. Guck mal. Sieht man mich noch? Geht. Okay, bleibt bitte so. Jetzt deine Hände auf deinen Nacken, ineinander die Finger. Perfekt. Auf meine Hand, ein bisschen weiter runter hier. Jawohl. Pass auf. Nicht zudrücken. Bleib einfach locker. Du drückst ein bisschen zu. Einfach locker bleiben. Genau. Au. Au. Ein und ausatmen. Geht's? Ja. Och. Ja? Bisschen unangenehm. Ja, ein bisschen unangenehm. Ja. Also du bist komplett zu. Geht's wieder? Ja, das geht. Geht wieder, ne? Das ist nur dieser eine kurze Moment gewesen. Mhm. Deswegen ist auch ganz wichtig, dass man vorher aufwärmt. Das war das mit den Maschinen, ja? Ja. Dass man erstmal so schön ein bisschen die Muskeln aufwendet. Ich weiß, ein bisschen ungewohntes Gefühl. Wobei, darf ich dein Alter verraten? Du kannst du machen. 66, ja? Also du bist 66 Jahre alt? 66, ja. Okay, komm, ey, es ist 64. Die ein, zwei Jahre. Und deswegen muss man da schon so ein bisschen sachter drangehen, ja? Auch ein bisschen unangenehm. Weil das ist wahrscheinlich das erste Mal ist, dass du sowas machst. Ja. Erste Mal. Erste Mal. Der Körper kennt das nicht. Man hat auch so ein bisschen, ein bisschen auch Angst und so ein bisschen Respekt davor. Okay. Alles in Ordnung? Ja. Ist alles in Ordnung? Tut nicht mehr weh, ne? Ein bisschen zieht. Zieht noch. Aber es tut nicht weh, wieso? Nein. Okay. Die Hände an die Wange bitte. Warte, guck. Warte, warte, warte. So. Okay. Und jetzt vorne die Brust schützen. Sehr schön. Warte mal. Ja, okay. Ein bisschen runter musst du kommen. Perfekt. Dann mal tief einatmen. Und ausatmen. Achtung. Und wieder hoch. Jawohl. Ein- und ausatmen. Geht's? Ja. Okay. Ich werde hier wieder ein bisschen reingreifen. Achtung. Und. Jetzt komme ich hier wieder mit der Massagepistole. An dein Becken und an dein Popo. Okay? Achtung. Jetzt an dein Becken. Und in dein Popo. Achtung, ich mache langsam. Und nochmal. Achtung. Alles gut? Ja. Genau. Mal tief einatmen. Und schön ausatmen. Und nochmal komm. Und raus damit. Und nochmal komm. Und raus damit. Jawohl. Und nochmal komm. Und raus. Und nochmal komm. Raus. Sehr schön. Und nochmal komm. Und raus. Perfekt. Und nochmal komm. Raus. Einmal noch. Und raus. Sehr schön. Ich gehe kurz an dein Popo dran. Achtung. Und zack. Beine zumachen. Komm. Yes. Lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Er lebt noch. Okay, den Kopf anheben und so seitlich liegen bleiben. Einfach so seitlich. Geht's? Ja. Sehr schön. Dann mal tief einatmen. Schön ausatmen. Komm. Ganz leicht. Achtung. Und hier auch nochmal. Einmal rumdrehen. Und schön aus. Und zack. Tut dir was weh? Nein. Das ist weg, ja? Ja. Das war nur dieser Moment gewesen, ja? Komm mal tief einatmen. Und schön ausatmen. Und nochmal komm. Und raus damit. Und nochmal komm. Oh. Erste Mal heute? Erstmal. Erste Mal heute. Der wird schlafen wie ein Baby heute Abend. Das verspreche ich. Ein. Und aus. Und nochmal komm. Achtung. Jawohl. Alles klar? Ja. Du siehst so entspannt aus. Ich bin entspannt. Oh ja. Spürst du's? Ja. Einfach locker bleiben. Genau. Achtung. Lass locker. Yes. Jawohl. Jetzt wieder zu machen. Komm. 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 Zuck. Jawohl. Hast du's gespürt? Mhm. Lass locker. Achtung. Guck mal hier. Jawohl. Also nur noch mit der Nase, ja? Tief einatmen. Und mit der Nase ausatmen. Und nochmal komm. Einatmen. Schön mit der Nase ausatmen. Sehr gut. Deshalb beschreibe ich mal, was wir hier sind. Und schön ausatmen. Und nochmal einatmen. Und schön ausatmen. Die Hände auf die Brust. Oh. Okay. Alles okay. Alles. Hinsetzen. Drei, zwei, eins. Komm. Bismillah. Und warte kurz. Dass du so ein bisschen Stoney Mahoney wirst, das ist aber völlig normal. Alle Kreislaufsysteme fließen. Lymph, Blut und dein Energiekreislauf. So. Und wenn du jetzt aufstehst, schau mal bitte, was für ein fantastisches Körpergefühl das ist. Willkommen in der Werkseinstellung. Ja. Komplett anders. Wie fühlst du dich? Entspannt. Die Füße? Wie war meine Fußmassage? Das war brutal. Brutal genial. Brutal genial, ja. Es hat sehr gut getan. Du warst zwar ein großer Kerl. Jetzt bist du nochmal zwei Zentimeter gewachsen. Kann das sein? Das Gefühl hast du gerückt. Ja. Also so gerade zumindest so nicht diese gebückte Haltung. Denk immer dran, der Druck, der aufbaut, während des Tages, dass du den Druck immer wieder wegnimmst. Das mit dem Stuhl, das ist das Einfachste, was du machen kannst. Einfach mal. Wie gesagt. Perfekt. So eine Klimmzugstange einfach nur hängen lassen. Hängen lassen. Okay? Ganz wichtig ist das mit dem Gymnastikball. Ja. Der Druck, der hier aufgebaut ist, dass du den immer wieder wegnimmst. Okay? Ja. Viel Wasser trinken. Denk an deine Nährstoffe, die du auch brauchst. Also, danke für deinen Vertrauen. Das mit dem Schiff. 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 Das mit dem Schiff.